11 c. »Also, wir sind Jäger, verstanden?« flüsterte Nox Hilton zu. »Ja,« antwortete diese, »aber Sie werden uns fragen, woher wir kommen. So lass mich nur antworten.« Jetzt erblickte Old Shatterhand die beiden. Ein anderer wäre erschrocken, bei ihm aber war Schreck eine Unmöglichkeit. Er nahm den Stutzen in die Hand und sah ihnen, als sie sich näherten, ernst und erwartungsvoll entgegen. »Good day, Mesheurs«, grüßte Nox, »ist es vielleicht erlaubt, sich hier bei Euch ein wenig auszuruhen?« »Es ist uns jeder ehrliche Mann willkommen«, antwortete Old Shatterhand, indem er mit scharfem Auge erst die Reiter und dann die Pferde betrachtete. »Hoffentlich haltet Ihr uns nicht für das Gegenteil«, meinte Hilton, indem er den durchdringenden Blick des Jägers scheinbar ruhig aushielt. »Ich urteile über meine Mitmenschen nur dann, wenn ich sie kennengelernt habe.« »Nun, so gestattet, dass wir Euch die Gelegenheit dazu geben.« Die beiden waren abgestiegen und setzten sich mit an das Feuer. Sie hatten jedenfalls Hunger, denn sie warfen ziemlich sehnsüchtige Blicke nach dem Braten. Der gutmütige Jemmy schob ihnen einige Stücke desselben zu und forderte sie auf zu essen, was sie sich nicht zweimal sagen ließen. Jetzt verbot es die Höflichkeit, Fragen an sie zu richten. Darum wurde die Zeit, bis sie gesättigt waren, in Schweigen verbracht. Der andere erwähnte Trupp, welcher sich dem Walde von der anderen Seite näherte, bestand aus einer Schar von gegen zweihundert Indianern. Old Chatterhand war zwar auch auf dieser Seite gewesen, um zu rekognoszieren, aber er hatte, als er die dort sich öffnende Prärie überblickte, die heranreitenden Roten nicht sehen können, da sie sich zu dieser Zeit noch hinter einer vorspringenden Waldesecke befunden hatten. Auch sie mussten die Gegend genau kennen, denn sie hielten gerade auf den Ausgang des schmalen Waldpfades zu, durch dessen Eingang die Weißen nach der Blöße gekommen waren. Die Roten befanden sich auf dem Kriegspfade, wie die grellen Farben bezeugten, mit denen sie ihre Gesichter angemalt hatten. Die meisten waren mit Schießgewehren und nur wenige mit Bogen und Pfeilen bewaffnet. An ihrer Spitze ritt ein riesenhafter Kerl, welcher ein Häuptling war, denn er trug eine Adlerfeder im Schopfe. Sein Alter war nicht zu erkennen, da auch sein Gesicht ganz mit schwarzen, gelben und roten Linien bedeckt war. Am Pfade angekommen stieg er ab, um denselben zu untersuchen. Die vordersten Krieger des Zuges, welche hinter ihm hielten, sahen seinem Beginne mit Spannung zu. Ein Pferd schnaubte. Er hob warnend die Hand, und der betreffende Reiter hielt dem Tiere die Nüstern zu. Da der Häuptling damit zur größten Stille aufforderte, musste er etwas Verdächtiges bemerkt haben. Er ging langsam, Schritt für Schritt, und den Oberkörper tief zum Boden niedergesenkt, eine kurze Strecke auf dem Pfade weiter in den Wald hinein. Als er dann zurückkehrte, sagte er leise in der Sprache der Uta, welche ein Glied der schoschonischen Abteilung des Sonora-Sprachstammes ist, Ein Bleichgesicht war hier vor der Zeit, welche die Sonne braucht, um eine Spanne weit zu laufen. Die Krieger der Uta mögen sich mit ihren Pferden unter den Bäumen verbergen. Der Häuptling, welcher fast noch länger breiter und stärker als Old Firehand war, hieß also der große Wolf. Er schlich in den Wald zurück. Als er nach vielleicht einer halben Stunde zurückkehrte, war keiner seiner Leute zu sehen. Er ließ einen leisen Pfiff hören, und sofort kamen die Roten unter den Bäumen hervor, indem sie die Pferde dort zurückließen. Er gab einen Wink, auf welchen die Unteranführer, fünf oder sechs an der Zahl, zu ihm traten. »Sechs Bleichgesichter lagern bei den Felsen«, sagte er zu ihnen. »Das sind wohl die sechs, welche gestern entkamen. Sie essen Fleisch, und ihre Pferde weiden bei ihnen. Meine Brüder mögen mir folgen, bis der Pfad zu Ende geht. Dann teilen sie sich. Die Hälfte schleicht nach rechts, die andere nach links, bis die Lichtung umstellt ist. Dann werde ich das Zeichen geben, und die roten Krieger brechen hervor. Die weißen Hunde werden so erschrocken sein, dass sie sich gar nicht wehren. Wir werden sie mit den Händen greifen und nach dem Dorf erschaffen, um sie dort an den Pfahl zu binden. Fünf Leute bleiben hier, um die angebundenen Pferde zu bewachen. Hau!« Ein dieses letztere Wort ist ein Bekräftigungswort und hat ungefähr die Bedeutung unseres »Amen« oder »Basta« oder »Abgemacht«. Wenn ein Indianer dies ausspricht, so hält er den Gegenstand für vollständig erschöpft und besprochen und erledigt. Ihren Häuptling voran drangen die Roten auf dem Pfade in den Wald ein, leise, so leise, dass nicht eine Spur von Geräusch zu hören war. Als sie die Stelle erreichten, an welcher der Weg auf die Blöße mündete, gingen sie nach beiden Seiten auseinander, um den Platz zu umstellen. »Ein Reiter hätte nicht in den Wald eindringen können. Zu Fuß aber und für die Gewandengestalten der Indianer war es möglich.« Die Weißen hatten soeben ihr Mahl verzehrt. Hobbelfrank schob sein Bowiemesser in den Gürtel und sagte, natürlich in englischer Sprache, um von den beiden Neuangekommenen verstanden zu werden, »Jetzt haben wir gegessen und die Pferde sind ausgeruht. Nun können wir wieder aufbrechen, um noch vor Nacht an unser heutiges Ziel zu gelangen.« »Ja«, stimmte Jemmy bei, »aber vorher ist es notwendig, dass wir uns kennenlernen und wissen, wohin wir beiderseits gehen.« »Das ist richtig«, nickte Knox. »Darf ich also erfahren, welches Ziel ihr heute noch erreichen wollt?« »Wir reiten nach den Elkbergen.« »Wir auch, das trifft sich ausgezeichnet, da können wir ja zusammen reiten.« Oh, Chatterhand sagte kein Wort. Er gab Jemmy einen verstohlenen Wink, das Examen fortzusetzen, denn er wollte erst dann sprechen, wenn er seine Zeit gekommen sah. »Mir soll es recht sein«, antwortete der Dicke, »aber wo wollt ihr denn weiterhin?« »Das ist noch unbestimmt, vielleicht nach dem Green River hinüber, um nach Bibern zu suchen.« »Da werdet ihr wohl nicht viele finden. Wer Dickschwänze oder Biber fangen will, muss weiter nördlich gehen.« »So seid ihr also Trapper, Biberjäger?« »Ja, ich heiße Knox und mein Gefährte Hilton.« »Aber wo habt ihr denn eure Biberfallen, Master Knox, ohne welche ihr keinen Fang machen könnt?« »Die sind uns da unten am San Juan-Flusse von Dieben, vielleicht von Indianern gestohlen worden. Vielleicht treffen wir ein Camp, wo es welche zu kaufen gibt. Ihr meint also, dass wir uns euch zunächst bis nach den Elbbergen anschließen dürfen?« »Habe nichts dagegen, wenn meine Gefährten es zufrieden sind.« »Schön, Master, so dürfen wir nun wohl eure Namen erfahren.« »Warum nicht? Mich nennt man den dicken Jemmy. Mein Nachbar rechts ist der...« »Der lange Davy wohl«, fiel Knox schnell ein. »Ja, ihr erratet es wohl.« »Natürlich, ihr seid ja weit und breit bekannt, und wo der dicke Jemmy sich befindet, da braucht man nicht lange nach seinem Davy suchen.« »Und der kleine Master hier, an eurer linken Seite, den nennen wir Hobbelfrank, ein famoses Kerlchen, den ihr schon noch kennenlernen werdet.« Frank warf einen warmen, dankbaren Blick auf den Sprecher, und dieser fuhr fort. »Und der letzte Name, den ich euch zu nennen habe, ist euch jedenfalls noch besser bekannt als der meinige. Ich denke doch, dass ihr von Old Shatterhand gehört habt.« »Old Shatterhand!« rief Knox aufs Freudigste, überrascht. »Wirklich, ist's wahr, Sir, dass ihr Old Shatterhand seid?« »Warum sollte es nicht wahr sein?« antwortete der Genannte. »Dann erlaubt mir, euch zu sagen, dass ich mich unendlich freue, euch kennenzulernen, Sir.« Er streckte bei diesen Worten dem Jäger die Hand entgegen und warf dabei Hilton einen Blick zu, welcher diesem sagen sollte, »Du, freue dich auch, denn nun sind wir geborgen. Wenn wir bei diesem berühmten Manne sind, haben wir nichts mehr zu befürchten.« Old Shatterhand aber tat, als ob er die ihm angebotene Hand gar nicht bemerkte, und entgegnete in kaltem Tone, »Freut ihr euch wirklich? Dann ist es schade, dass ich eure Freude nicht zu teilen vermag.« »Warum nicht, Sir?« »Weil ihr Leute seid, über welche man sich überhaupt nicht freuen kann.« »Wie meint ihr das?« fragte Knox, ganz betroffen über diese Offenheit. »Ich nehme an, dass ihr scherzt, Sir.« »Ich spreche im Ernste. Ihr seid zwei Schwindler und vielleicht gar etwas noch viel Schlimmeres.« »Oh, meint ihr, dass wir eine solche Beleidigung auf uns sitzen lassen?« »Jawohl, das meine ich. Denn was könntet ihr anderes tun?« »Kennt ihr uns etwa?« »Nein, das wäre auch keine Ehre für mich.« »Sir, ihr werdet immer rücksichtsloser. Man beleidigt keinen, mit dem man vorher gegessen hat. Beweist mir doch einmal, dass wir Schwindler sind.« »Warum nicht?« antwortete Old Shatterhand. »Das ist euch unmöglich. Ihr geschieht ja selbst, dass ihr uns nicht kennt. Ihr habt uns noch nie gesehen. Wie wollt ihr da nachweisen, dass eure Worte auf Wahrheit beruhen?« »Schau, gebt euch keine ohne zu Mühe und haltet doch um Gottes Willen Old Shatterhand nicht für so dumm, dass er sich von Leuten eures Schlages einen Kojoten anstatt eines Büffels vormalendest.« »Gleich als mein erster Blick auf euch fiel, habe ich gewusst, wer und was ihr seid. Also unten am San Juan habt ihr eure Fallen ausgelegt gehabt? Wann denn?« »So vor vier Tagen. So kommt ihr also direkt von dort herauf?« »Ja.« »Das wäre also von Süden her und ist eine Lüge. Ihr seid ganz kurz nach uns gekommen, und wir müssten euch also draußen auf der offenen Prairie gesehen haben.« »Nach Norden aber tritt der Wald weiter vor, und hinter dieser Waldeszunge habt ihr euch befunden, als ich zum letzten Male, bevor wir in den Pfad einlenkten, Umschau hielt. Ihr seid von Norden gekommen.« »Aber, Sir, ich habe die Wahrheit gesagt, ihr habt uns nicht gesehen.« »Ich? Euch nicht gesehen? Wenn ich so schlechte Augen hätte, wäre ich schon tausendmal verloren gewesen.« »Nein, ihr macht mir nichts weiß. Und nun weiter. Wo habt ihr eure Sättel?« »Die sind uns auch mitgestohlen worden.« »Und das Zaumzeug?« »Ebenso.« »Mann, haltet mich nicht für einen dummen Jungen,« lachte Old Shatterin verächtlich. »Ihr habt wohl Sattel und Zaum mit den Biberfallen ins Wasser gesteckt, sodass alles zusammengestohlen werden konnte?« »Welcher Jäger nimmt dem Pferde den Zaum ab?« »Und woher habt ihr nun die indianischen Halfter?« »Die haben wir von einem Roten erhandelt. Und wohl auch die Pferde?« »Nein,« antwortete Nox, welche einsah, dass er unmöglich auch noch diese Lüge sagen dürfte. Sie wäre allzu groß und frech gewesen.« »Also, die Uta-Indianer handeln mit Halftern. Das habe ich noch nicht gewusst.« »Woher habt ihr denn eure Pferde?« »Die haben wir in Fort Dodge gekauft.« »So weit von hier? Und ich möchte wetten, dass diese Tiere letzten Wochen lang sich auf der Weide befunden haben. Ein Pferd, welches den Reiter von Fort Dodge hierher getragen hat, sieht ganz anders aus.« »Und wie kommt es denn, dass die Eurigen nicht beschlagen sind?« »Das müsst ihr den Händler fragen, von dem wir sie haben.« »Unsinn, Händler! Diese Tiere sind ja gar nicht gekauft.« »Was denn sonst?« »Gestohlen!« »Sir!« rief Nox, indem er nach seinem Messer griff. Auch Hilton fuhr mit der Hand nach seinem Gürtel. »Lasst die Messer stecken, sonst schlage ich euch nieder wie Holzklötze,« drohte Old Chatterhand. »Meint ihr denn, ich sehe nicht, dass die Pferde indianische Dressur haben?« »Wir könnt ihr das wissen. Ihr habt uns doch nicht reiten sehen. Nur die kurze Strecke vom Pferde bis hierher zu diesen Steinen habt ihr uns auf den Pferden gesehen. Und das ist nicht genug, um so ein Urteil zu fällen.« »Aber ich bemerke, dass sie unsere Tiere vermeiden, dass sie sich zusammenhalten. Diese Pferde sind den Utas gestohlen worden, und ihr gehört zu den Leuten, welche über diese armen Roten hergefallen sind.« Nox wusste nicht mehr, was er sagen sollte. Dem Scharfsinne dieses Mannes war er nicht gewachsen. Wie es solchen Leuten in ähnlichen Fällen zu ergehen pflegt, so auch ihm. Er nahm seine letzte Zuflucht zur Grobheit. »Tja, ich habe viel von euch gehört und euch für einen ganz anderen Menschen gehalten,« sagte er. »Ihr redet wie im Traume. Wer Behauptungen aufstellt, wie die Eurigen sind, der muss geradezu verrückt sein. »Unsere Pferde, indianische Dressur? Es würde zum Todlachen sein, wenn man sich nicht darüber ärgern müsste. Ich sehe ein, dass wir nicht zusammenpassen und werde aufbrechen, um nicht gezwungen zu sein, eure ferneren Fantasien anhören zu müssen.« Er stand auf und hielten mit ihm. Aber auch Old Shatter hinterhob sich, legte ihm die Hand auf den Arm und gebot, »Ihr bleibt.« »Bleiben, Sir? Soll das etwa ein Befehl sein?« »Allerdings. Habt ihr etwa über uns zu verfügen?« »Ja. Ich werde euch den Utas zur Bestrafung ausliefern.« »Ah, wirklich! Das wäre ja noch viel toller als die indianische Dressur.« Er sprach das in höhnischem Tone, aber seine Lippen bebten dabei, und es war ihm anzusehen, dass er nicht die Zuversicht besaß, welche zu zeigen er sich die größte Mühe gab. »Aber es wird damit dieselbe Richtigkeit haben wie bei der Dressur,« antwortete der Jäger. »Dass eure Pferde den Utas gehört haben, zeigt sich innen.« »Alle Teufel! Was ist das?« Er hatte, indem er von den Pferden sprach, das Auge auf dieselben gerichtet und dabei etwas bemerkt, was eine ganze Aufmerksamkeit auf sich zog. Sie hielten nämlich die Nüstern hoch, drehten sich nach allen Richtungen, sogen die Luft ein und rannten dann freudig wiehernd dem Rande der Lichtung zu. »Ja, was ist das?« rief auch Jemmy. »Es sind Rote in der Nähe.« Das untrügliche Auge Old Shatterhands erfasste mit einem einzigen scharfen Blick die Gefahr. Er antwortete, »Wir sind umzingelt, jedenfalls von den Utas, deren Nähe durch die Pferde verraten worden ist, und die sich also nun gezwungen sehen werden, loszubrechen.« »Aber was tun wir da?« fragte Davy. »Währen wir uns?« »Zunächst wollen wir Ihnen zeigen, dass wir mit diesen Raubmördern nichts zu tun haben. Das ist die Hauptsache also. Nieder mit Ihnen!« Er schlug Nox die geballte Faust gegen die Schläfe, dass der Getroffene wie ein Holzblock niederstürzte, und dann bekam Hilton, ehe er ihn zu parieren vermochte, ganz denselben Hieb. »Nun schnell hinauf auf den Felsen«, gebot Old Shatterhand. »Dort haben wir Deckung, hier unten aber nicht. Dann müssen wir das Weitere abwarten.« Die Steinkolosse waren nicht leicht zu ersteigen, aber in Lagen, wie die gegenwärtige eine war, verdoppeln und vergrößern sich die Fähigkeiten des Menschen. In drei, vier, fünf Sekunden waren die Vierjäger hinauf und hinter den Ecken und Kanten und Sträuchern, wo sie sich niederduckten, verschwunden. Seit dem Wieren der beiden Indianerpferde war bis jetzt kaum eine Minute vergangen. Der Häuptling hatte sofort das Zeichen zum Angriffe geben wollen, dies aber unterlassen, als er sah, dass das eine Bleichgesicht zwei andere niederschlug. Er konnte sich das nicht erklären und zögerte. Dadurch hatten die Vier Zeit gewonnen, sich auf die Felsen zu retirieren. Jetzt stellte sich der große Wolf die Frage, was nun unter den gegenwärtigen Umständen zu tun sei. Die Weißen zu überrumpeln, das war versäumt worden. Jetzt steckten sie oben und konnten von den Kugeln und Pfeilen nicht erreicht werden. Wohl aber waren sie imstande, vom Felsen aus den ganzen freien Raum zu beherrschen und ihre Kugeln nach allen Richtungen zu senden. 200 Rote gegen vier oder höchstens sechs Weiße. Der Sieg der Ersteren war gewiss. Aber wie sollten sie ihn gewinnen, etwa die Felsen stürmen? Es war vorauszusehen, dass dabei viele Indianer fallen würden. Der Rote ist, wenn es sein muss, tapfer, kühn, ja sogar verwegen. Aber wenn er sein Ziel durchlist und ohne Gefahr zu erreichen vermag, so fällt es ihm nicht ein, sein Leben auf das Spiel zu setzen. Der Häuptling rief also durch einen Pfiff seine Unteranführer zu sich, um sich mit ihnen zu beraten. Das Resultat dieser Beratung war sehr bald zu sehen oder vielmehr zu hören. Es ertönte vom Rande der Lichtung her eine laute Stimme. Da der freie Platz höchstens 50 Schritte breit war und die Entfernung zwischen den Felsen und der Stelle, an welcher diese Stimme erscholl, also nur die Hälfte 25 Schritte betrug, so konnte man jedes Wort deutlich vernehmen. Es war der Häuptling selbst, welcher, an einem Baum es stehend, herüber rief, »Die Bleichgesichter sind von vielen roten Kriegern umringt, sie mögen herunterkommen.« Und das war so naiv, dass gar keine Antwort gegeben wurde. Der Rote wiederholte die Aufforderung noch zweimal und fügte, als sie auch da noch keine Erwiderung fand, hinzu, »Wenn die weißen Männer nicht gehorchen, werden wir sie töten.« Darauf antwortete nun Old Shatterhand, »Was haben wir den roten Kriegern getan, dass sie uns umringt haben und überfallen wollen?« »Ere seid die Hunde, welche unsere Männer getötet und unsere Pferde geraubt haben.« »Du irrst! Nur zwei dieser Räuber sind hier. Sie kamen kurz vorher zu uns, und als ich ahnte, dass sie die Feinde der Utas sind, habe ich sie niedergeschlagen. »Sie sind nicht tot. Sie werden bald wieder erwachen. Wenn ihr sie haben wollt, so holt sie euch.« »Du willst uns hinüberlocken, um uns zu töten.« »Nein!« »Ich glaube dir nicht.« »Wer bist du? Wie ist dein Name?« »Ich bin Ovots Avat, der Häuptling der Utas.« »Ich kenne dich. Der große Wolf ist stark vom Körper und vom Geiste. Er ist der Kriegsherr der Jampa Utas, welche tapfer und gerecht sind und den Unschuldigen nicht die Sünden des Schuldigen entgelten lassen werden. Du redest wie ein Weib. Du jammerst um dein Leben. Du nennst dich unschuldig aus großer Angst vor dem Tode. Ich verachte dich. Wie lautet dein Name? Es wird der Name eines alten, blinden Hundes sein. Ist der große Wolf nicht selber blind? Er scheint unsere Pferde nicht zu sehen. Haben diese etwa den Utas gehört? Es ist ein Maultier dabei. Ist es ihnen gestohlen worden? Wie kann der große Wolf uns für Pferdediebe halten? Er sähe doch meinen Rappengst an. Haben die Utas jemals ein solches Pferd besessen? Es ist von dem Blute, welches nur für Winnetou, den Apachenhäuptling und seine Freunde gezüchtet wird. Muss der große Wolf nicht daraus ersehen, dass ich ein Freund dieses berühmten Mannes bin? Darf er mich da der Angst und Feigheit zeihen? Die Krieger der Utas mögen hören, ob mein Name der eines Hundes ist. Die Bleichgesichte heißen mich Old Shatterhand. In der Sprache der Utas aber werde ich Pokkaimu, die tötende Hand, genannt. Der Häuptling antwortete nicht gleich wieder, und die jetzt eingetretene Stille wehrte einige Minuten. Das war ein sicheres Zeichen, das der Name des Jägers Eindruck gemacht hatte. Erst nach der angegebenen Zeit war die Stimme des großen Wolfes wieder zu vernehmen. Das Bleichgesicht gibt sich für Old Shatterhand aus. Wir aber glauben seiner Versicherung nicht. Er weiß, dass dieser große weiße Jäger von allen roten Männern hochgeachtet wird und nimmt dessen Namen an, um uns zu täuschen und dem Tode zu entgehen. Wir kennen aus seinem Verhalten, dass ihm dieser Name nicht gehört. Wieso? fragte der Jäger. Old Shatterhand kennt keine Furcht, dir aber hat die Angst den Mut genommen, dich uns zu zeigen. Wäre das wahr, so besäßen die Krieger der Utas noch mehr Angst als ich. Ich lasse mich nicht sehen, und ihr zählt viele, viele Bewaffnete. Sie aber verstecken sich, und du mit ihnen, vor nur vier Männern. Wer hat da größere Furcht, ich oder ihr? Übrigens will ich dir beweisen, dass ich keine Bangigkeit kenne. Ihr sollt mich sehen. Er trat aus seinem Verstecke hervor, stieg auf den höchsten Punkt des Felsens, blickte langsam rundum und stand so frei und unbesorgt da oben, als ob es nicht ein einziges Gewehr gäbe, dessen Kugel ihn zu treffen vermöge.